Hallo da draußen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist André und auf diesem Kanal möchte ich dich gerne mitnehmen in die wundervolle Welt des VoiceOver. Ja, ich freue mich, dass du hier wieder eingeschaltet hast zur ersten Episode zum Thema Sprecher werden. Ich möchte euch hier nämlich in diesem Video einmal kurz ein paar Tipps geben oder erzählen, wie ich das beantworten würde, weil ich immer wieder Fragen gestellt bekomme und deswegen habe ich mir die meistens mal hier aufgeschrieben. Deswegen schiebe ich die zwischendurch mal hier auf mein iPad, damit ich den Fokus nicht ganz verliere. Und eine Frage war, wie man dann als Sprecher oder Sprecherin überhaupt erstmal starten sollte. Und da fangen wir wirklich bei Null an, sogar vielleicht bei Minus Eins. Wir müssen mal gucken. Die erste Frage ist, wie fange ich überhaupt an als Sprecher oder Sprecherin? Das ist immer so die Frage, die ich gestellt bekomme und ich antworte dann mit einer Gegenfrage und frage, ja, möchtest du das Ganze hauptberuflich machen? Möchtest du das nur nebenbei mal machen? Oder willst du das einfach nur generell mal ausprobieren und gucken, wo die Reise hingeht? Oder vielleicht einfach nur aus Jux und Dollerei? Das ist ganz wichtig zu wissen, weil man nämlich gucken muss, in welche Kategorie will man starten. Das Ganze hat nämlich auch einen geldtechnischen Hintergrund, was für Equipment du dir dafür holen willst und was nicht. Weil es bringt nichts, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt als Sprecher starten und ich kaufe mir jetzt mal hier für 800 Euro mein Equipment. Boom. Ich weiß aber weder, wie ich eine DAW bearbeite oder benutze. Weiß vielleicht gar nicht, was DAW bedeutet. DAW bedeutet übrigens Digital Audio Workstation. Also DAW ist das Audio Bearbeitungsprogramm. Aber dazu kommen wir auf diesem Kanal noch zu Genüge. Was ihr dafür braucht, was das alles ist, womit ihr starten könnt und so weiter. Stichwort Audacity, Adobe, Final Cut, Cubase. Alles drin. Und genau, wenn ihr dann sagt, okay, ich möchte das jetzt irgendwie mal ausprobieren nur und ich bin mir nicht ganz sicher, dann habe ich einen Tipp für euch. Fangt am besten so an, dass ihr euch erstmal euer Handy nehmt und damit erstmal eine Aufnahme macht. Das heißt, ihr sucht euch erstmal aus dem Regal irgendwo ein schönes Buch oder aus dem Internet einen Text, den ihr nur für euch hier vorliest, also nicht irgendwie veröffentlicht. Also ihr müsst auf die Nutzungs- und Urheberrechte achten. Auch das ist noch ein Thema, da kommen wir noch zu. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Thema Urheberrecht. Also das werden wir auf diesem Kanal auch noch besprechen. Dann würde ich das so machen, dass ihr euer Handy nehmt, euer Buch, ein Glas Wasser und zwischendurch immer ein bisschen was trinkt. Das ist ganz wichtig. Und dann einfach mal was aufnehmt. Am besten so eine Länge von ungefähr fünf Minuten. Das ist für den Anfang ganz okay. Ist nicht zu wenig, aber ist auch nicht zu viel. Und wenn ihr das gemacht habt, dann hört euch doch selber mal diese Aufnahme an und prüft mal selber für euch, ob das was wäre, was ihr euch selber anhören wollen würdet. Ihr wisst ja selber, wie sich Hörbücher anhören auf Audible. Und da könnt ihr einmal prüfen, okay, hört sich das jetzt okay an? Hört sich das so an wie auf Audible oder ist das komplett daneben? Weil ihr müsst natürlich gucken, wie betont ihr etwas? Habt ihr da Emotionen mit drin? Sprecht ihr wörtliche Rede deutlich erkennbar? Oder vielleicht auch unterschiedliche Stimmen? Es geht nicht darum, dass ihr rumquiekt, wenn ihr also Mann seid, rumquiekt und versucht, wie eine Frau zu klingen. Das nicht. Also es reicht auch schon, wenn ihr so ein oder zwei Nuancen vielleicht heller sprecht. Oder wenn es halt nicht geht, sprecht ihr einfach normal weiter. Ihr bräuchtet euch da jetzt nicht so extrem verstellen. Aber auch dazu kommen wir noch auf diesem Kanal, was für Sprechtechniken es gibt und so weiter. Und wenn du dir das angehört hast und denkst, ja okay, das ist ganz in Ordnung, dann gib das doch mal einer neutralen Person, also einer objektiven Person weiter. Also nicht Freund, Freundin oder Familie, die sagen sowieso, ist alles super. Sondern irgendwelchen Leuten, die du vielleicht noch nicht so lange kennst oder bei denen du weißt, die sind ehrlich zu dir. Und wenn alle Stricke reißen, also ihr könnt mir natürlich auch jederzeit, könnt ihr auch einfach machen. Schickt mir sonst einfach eure Aufnahmen, wenn ihr euch nicht sicher seid, mal mit einer Aufnahme, ob das gut klingt, wie der Raumhall ist oder generell mit eurem Equipment, wenn ihr da Fragen habt. Dann schickt mir einfach sonst eine Nachricht, ist kein Problem. Ich höre mir das alles gerne an und versuche dann immer zeitnah zu antworten und kann das dann auch wirklich objektiv beurteilen mit einem technischen Wissen. Also ich mache Audio-Technik schon viele, viele Jahre und da gibt es wirklich einiges, was man da beachten muss, sollte und was sich auch positiv dann im Endeffekt auf die Aufnahme auswirken kann, wenn man es weiß. Und das wäre mein Tipp zum Start, wie du starten solltest. Nimm dein Handy, nimm einfach mal einen Text auf, so um die fünf Minuten und hör dir an und vergleich einfach mal und denk so für dich, okay, das ist was, was ich mir anhören könnte oder das klingt irgendwie komisch. Wenn es dann komisch klingen sollte und du willst aber trotzdem Sprecher oder Sprecherin werden, das ist kein Problem, kannst du trotzdem machen. Jeder kann das machen. Du musst dann einfach nur ein bisschen vielleicht mehr üben, also brauchst einfach ein bisschen mehr Input und ein bisschen mehr Training. Das ist aber gar nicht schlimm. Also auch da, wenn du dir komplett unsicher bist und die Aufnahme ist miserabel, dann kannst du mir das trotzdem schicken und ich kann dir dann sagen, ob da noch, ja oder was heißt ob, also wo genau da jetzt Verbesserungspotenzial ist dann. Und vielleicht sogar ob, vielleicht ist es ja sogar so perfekt, dass da gar nichts mehr gemacht werden muss. Kann ja auch sein. Gab es auch schon. Also das wäre auf jeden Fall so mein Tipp für den Anfang, dass du das einfach mit einem Handy versuchst und da erstmal was einsprichst und dir das anhörst. Und du darfst nicht vergessen, es ist nachher auch nochmal was anderes, ob du jetzt zum Beispiel hier im Handy irgendwas einsprichst oder ob du denn in der Kabine stehst oder so oder vor deinem Mikrofon und die Aufnahme läuft und es wirklich um die Wurst geht. Ja, du wirklich dich konzentrieren musst, aufpassen musst, dass du deutlich sprichst, dass du akzentfrei sprichst, dass du die Wörter und Sätze richtig betonst und sowas alles. Die Emotion darf nicht fehlen. Das sind alles ganz wichtige Sachen. Auch da, wie du einen Text liest, auch dazu werde ich dir hier auf diesem Kanal noch alles zeigen. Ja, dass du auch nicht einfach drauf loslesen kannst manchmal, sondern vielleicht tatsächlich Satz für Satz den ganzen Absatz auseinandernehmen musst. Auch das gehört dazu zum Sprecher sein. Das ist einfach so. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit, aber am Ende lohnt es sich, wenn man sich das Ergebnis anhört. Also von daher kann das auf jeden Fall sehr cool werden. Ich zeige euch hier natürlich auch noch, was für Equipment ihr braucht dafür, von unterwegs mal aufzunehmen oder auch nicht. Wie ihr mit dem Handy aufnehmen könnt und so weiter. Also hier wird es noch ganz viele Videos zum Thema Voice-Over, Sprecher und Hörbücher geben. Wie du ein Hörbuch aufnimmst, wie du eins produzierst, wie du es fertig stellst, online stellst und so weiter. Also ich sage hier bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen für diesen ersten Teil. Es geht wie gesagt noch weiter. Es wird eine Reihe werden und wenn dich das interessiert, dann darfst du gerne abonnieren oder hier. Je nachdem, wo das Ding gerade auftaucht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn du Fragen hast natürlich, schreib mir oder schreib am besten unter die Kommentare. Ich lese mir das alles durch. Und dann kann man sich die auch gerne mit ins nächste Video mit einfließen lassen und wir das Ganze dann einmal für dich oder für euch und für alle natürlich beantworten können. Vielen Dank erstmal und bis bald.